Ohne die Hubschrauber wäre das hier, sag ich mal, nicht zu bewerkstelligen. Ohne die Hubschrauber wäre das hier, sag ich mal, nicht zu bewerkstelligen. Vor ein paar Tagen durfte unser Reporter Jörg Poppendieg einmal kurz mit in die Luft. Abwurf und Kurflatt. Hubschraubereinsatz über dem unwegsamen Gelände in der Sächsischen Schweiz. Die Piloten der Bundespolizei wissen, nur mit Bodenkräften allein ließe sich der Brand hier nicht unter Kontrolle bringen. Ohne die Hubschrauber wäre das hier, sag ich mal, nicht zu bewerkstelligen. Also man müsste dann tatsächlich warten, bis der Wind total einschläft und mal wieder richtig Regen kommt. Sonst würde hier das ganze Naturschutzgebiet wegbrennen.